Hey, da habt ihr irgendwas verkehrt, oder? So, jetzt will ich mal hören. Was könnten die Jungs da bisschen besser machen? Äh, erstens sollten sie sich einen gescheiten Friseur aussuchen. Zweitens, äh, einfach nur Leute, mal Respekt, und mit dem was Frechladen. Und dürfen natürlich besser Fußball spielen. Hey! Komm, komm mal bitte her. Du an den Quatsch, ja? Du kommst mal die Zeit irgendwie nicht aus, ich weiß nicht, ne? Irgendwas machst du mal verkehrt. Nee, ich hab ja.